Hey Kinder, was gehen wir bei euch ab? Case Opening Schöne Case raus, Cold Was hast du letztens bekommen? Guck mal, ich hab Lila an der Digga bekommen nach nem Spiel Ich werde heute diese Sachen benutzen Diese Keys Äh, hier Die Shadow Keys machen wir zuerst auf Sind er bereit? Wir füllen noch schön den Pool für die Für das, äh, Giveaway Shadow Case Opening wird gestartet Natürlich ein Messer, ganz klar Ja, was sonst? Na gut! Kann ich damit jetzt Messer verschießen? Ich weiß es nicht Ja, aber ne Schnelldreckwaffe Äh, direkt zum Anfang Nebula Crusader Maaah Warum nicht, oder? Ist ein schöner Anfang für das Case Opening hier Guck mal, wie die bemalt ist und so Ist, äh, ziemlich bunt Ich möchte jetzt zwei Operation Phönix Kisten aufmachen Die hab ich hier hart am Start Die muss ich nämlich langsam mal loswerden Ich hab ewig viel davon Und da ist doch hoffentlich Ja, da ist auch schöner Kram dabei, oder? Warte, lass mal kurz reingucken Ach Gott, gucke mal, oder? Ich nehm jetzt einfach mal das Rare Special Item Dieses Mal Werde ich jetzt erwürfeln Äh, die AWP Asimov Ach, schon unschön Oder? Die ist unschön Hopp, gibt's auf und zu Die MAC-10-Heat, obwohl die auch schon leicht angecoated ist Messerzeit, Messerzeit Das ist gar kein Messer Fuck! Okay, sie sieht ganz schick aus Die MAC-7 hab ich noch nicht gehabt Von daher, äh, schön Ich bin mir jetzt nicht so sicher mit dem, äh, mit dieser Geschichte hier Wir haben noch eine Phönix Kiste Äh, hallo? Welche wähl ich? Hier, würde ich was Blaues bekommen Hier ein Knife und hier noch ein Knife Es ist Knife-Zeit Wow Ey, kam da schlecht, was? Oh Mann, was für ein Scheiß Hey, hey! Und ich meine, das Z-Track-Waffe, Mann, die kann man sowas von wegschmeißen Direkt weiter Das ist direkt in den Müllkorb gange Und jedes Winter-Case wollte ich auf jeden Fall noch öffnen Das machen wir jetzt mal direkt Davon habe ich auch nur eine Unten steht übrigens Leute in der Beschreibung, von denen ich die Kisten erhalten habe Ja, guckt bei denen, ähm, rein Hopp, okay, komm schon Irgendwas Gutes Alles sieht voll gut aus Lalalala Knife Oder so Was? Äh, 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 ist ja wohl irgendwie, äh, äh, Lächerlichkeit, oder? Kobalt Wer will die haben? Niemand Ach, niemand Und dann machen wir einfach mal direkt hier ein Chroma-2-Case auf Ja, pass mal auf Ja, bitte, ich will die Monkey-Business-Pistole Bitte, bitte, bitte Oder die, äh, Hyper-Bicht-M4 Die wird gut zu meiner Hyper-Bicht-AWP passe Und dann drückst du da drauf Und schon hast du dein Messer, äh, am Start Merkt was? Und Messerzeit Ja, so einfach kann das sein Vielen Dank fürs Zusehen Okay, okay, ich hab, äh, immerhin Ich hab immerhin eine Max-7-Heat, äh, die Die tun ziemlich heiß aus, ne? Ich hab auch noch vier Schlüssel Da sind locker noch fünf Messer drin Also, Operation Breakout, okay? Nein, wir machen erstmal die Falsch-Jaws Die Falsch-Jaws Seid ja aufgeregt schon Hör mal auf, so aufgeregt zu sein Drei, zwei, eins Zweite Hyper-Biest Wow Ich mein natürlich, zweite Hyper-Biest Oh Gott, was? Wollt ihr mich verarschen, Mann? Rock Pop, die Pop Pop Verpack dich, Mann Operation Breakout Wird uns jetzt hart rausziehen Was gibt's hier? Glock 18, Water Elemente Nehm ich P90 Asimov Hässlich Hässlich Aber ich hinde das Butterfly Knife Achtung, Butterfly Knife Behindert, Mann Butterfly Ich hab mir diese P2000 immer gewünscht Also das war jetzt von den Case Openings Bis jetzt, glaub ich, das Schlechteste, das ich jemals hatte Was soll ich dazu sagen, ja? Totale Affenscheiße, oder? Scheiße, 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 Scheiße Heiße Scheiße Nichtsichtbare Scheiße Blaue Scheiße Ja, Scheiße in verschiedensten Farben und Formen Ich hab letztes Mal bei einem Spiel bessere Sachen bekommen Am Ende von dem Spiel, ja? Lächerlich ist das, da Aber naja, immerhin Geld ausgegeben, nicht wahr? Das Giveaway werde ich jetzt dann machen Das kündige ich dann extra nochmal an Und ihr müsst halt auch Quast sein auf sowas, ne? Auf so ein Giveaway Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Tschüss, 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 tschüss Au